Und herzlich willkommen zu Folge 85. Ja, 15 Folgen noch bis Folge 100 und dann haben wir uns fast schon geknackt, unser Rekord. So, beim letzten Mal haben wir hier wieder ein paar PCBs hergestellt, damit wir dieses Basic Pharma Tool bekommen. Und jetzt wollte ich weiter suchen, was ich dafür noch brauche. Jetzt müssen wir auf Engine erstmal gehen und zwar... Äh, uh, uh, ich glaube... Äh, ne, so. So, und so ist das doch richtig. Äh, Upgrade, nein. Ähm, Kohle. Basic Kohle, ne, da brauchen wir die Kohle Engine drin, dann wollte ich hier diese, ähm, da. Die Thermal Energie noch benutzen. Okay, da brauchen wir erstmal das hier. Ist ja ganz einfach. Pistenofen. Und Eisen. Das haben wir ja. Äh, irgendwo haben wir es doch. Da, Ofen. Zwei Pisten. Und Eisen. Das haben wir doch. Das geht ja schnell. Zack. Zwei Pisten. Und Ofen. Dann bekommen wir die Basic Kohle Engine. Und dann wollte ich hier noch, ähm, Advanced Terminal Engine nutzen. Hohoho. Okay. Obsidian Neter Ziegel. Und einen Ofen. Okay, das brauche ich schon mal dafür. Da brauche ich gleich nochmal zwei Kolben für. Das heißt, ich brauche vier Stück. Vier Kolben. Ein Ofen. Ein bisschen Obsidian und ein bisschen Neter Stein. Warte, da brauche ich da gleich noch mehr für. Nochmal. Also brauche ich sechs Stück. Die habe ich Gott sei Dank hier ein paar. Dann nehmen wir hier gleich hier die Ziegel raus. Die habe ich ja noch. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dankeschön. So, sechs Stück habe ich. Dann Obsidian ist ja irgendwo da hinten verschwunden. Jetzt laufen wir mal schnell hin. Auf, auf und davon. Irgendwo da war es durch. Eins oder vier. Warte mal, Obsidian nehme ich ein paar mit. Obsidian. Und dann, ähm, ich hatte noch irgendwo Holz hier. Zwei Stück da. Da haben wir noch Holz. Ich werde mir jetzt nämlich gerade eine Workbench mitnehmen. Und die werde ich ganz gemütlich da hinten irgendwo hinsetzen, damit ich auch ein bisschen da quäften kann. Weil das soll jetzt eigentlich nicht im E-System, das soll jetzt einfach nur separat hier ein bisschen laufen. So, jetzt probieren wir erst das Upgrade. Ich habe auch einen Ofen. Und zwei Pistons, zwei Obsidianen. Upp. Und drei von den Netterziehern. Okay, das Upgrade haben wir schon mal. Und jetzt brauchen wir dieses Rainforces Mittel. Da haben wir gerade schon noch zwei Stück. Zack. Upgrade in der Mitte. Pistons. Und Netterzieher. Die haben wir schon mal. Die können wir auch hier einführen. Dafür brauchen wir die Code Engine. Die sitzt jetzt intern drin. Und jetzt brauchen wir die Advanced Engine. So, jetzt sagt er uns, wow, wir brauchen... ...zwei Tanks, damit er arbeitet. Ja. Tanks kriegen wir auch ganz schnell hin. Ich würde jetzt erstmal hier eine Lampe anmachen, sonst kann ich hier gleich besser nicht schreiben, weil ich die Tastatur nicht sehe. Und ich bin so der Zehnfingertyp, der damit arbeiten kann. Oh. Oh, oh, oh. Also ich sehe schon wieder ganz viel Arbeit hier. Huge Tankplates. Da brauchen wir Glas für. Okay. Glas, Glas, auf und davon. Habe ich da oben letztes Mal ein bisschen was gebrannt. Aber ich würde sagen, Glas brennt. Dann würde ich hier vielleicht nochmal zwei Sechs ausnehmen. Vielleicht haben wir da eins, zwei, drei, vier. Dann nehmen wir gleich vier. Brauchen wir eh. Glas ist immer so eine Mangelware. Wie man sieht, brauchen wir das ja jetzt. Das brennt ja noch hier. Hälfte durch, okay. Sind wir ja nicht so weit dran, dass es noch gleich läuft. So, Glas haben wir zumindest da. Das ist nicht so schlimm. Dann haben wir Glas-Panels noch. Das wäre jetzt vielleicht die andere Sache. Einen haben wir noch. Besser als einen, gab es gar keinen. Können wir noch alles hier verbrauchen. Gut. Äh, was ist dieses hier? Okay, da ist ein Gitter plus vier. Davon haben wir. Ich hätte doch noch ein Eisengitter, wenn ich noch rumfliegen wäre. Dankeschön. Dann haben wir schon mal die... Ach, davon, okay. Brauchen wir sowieso nicht so viele von. Sighttanks. Nimm ich denn Sighttanks? Warte mal. Es gibt auch noch interne Tanks. Ich glaube ja. Äh, Tankpanel, da ja. Interner Tank. Der ist gar nicht mehr ein bisschen besser zu benutzen. Kostet auch noch ein bisschen. Kostet nur zehn. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt Außentanks benutzen will. Wir können beides mal craften. Da brauchen wir diese Panels. Okay, zwei Glas und Panels. Okay, dann machen wir erstmal hiervon. Ein paar. So. Wie viele gehen da drauf? Sieben, ne? Dann machen wir hier mal... Ah, machen wir gleich hier. Vier, zwei, sechs hier. So. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Alles klar, dann haben wir schon mal zwei, sechs. Ähm. Das ist ganz einfach. Okay. Dann würde ich sagen, wenn das so einfach ist... Das kann ja gerade mal hier raus. Ähm. Obsidian vielleicht. Dann latschen wir mal da hinten. Warte mal, was bräuchte ich denn für die Side-Tanks noch? Side-Tanks. Vorn-Tank kann ich nicht benutzen. Ne, da bräuchte ich nur diese Glas-Panels. Alles klar. Das ist supi. Dann könnte hier vielleicht... Ah, da kommen ein paar hier rein. Das bräuchte ich erstmal gerade nicht hier. Naja, und den Rest müssen wir jetzt zum Queft benutzen. Ähm. Interner Tank. Machen wir jetzt mal einen. Wollen wir vielleicht zwei. Dankeschön. Ähm. Und jetzt will ich mal gerade gucken. Hier das mit diesen Side-Tanks. Vielleicht ist das auch gut. Advanced-Tank. Ich weiß gar nicht, wo der draufkommt. Guckt der oben drauf? Stimmt. Vorn-Tank kann ich nicht benutzen. Open-Tank auch nicht. Warte mal, Open-Tank. Kann ich den benutzen? Sollen wir den mal benutzen? Ich beköfte jetzt mal so einen. Da brauchen wir neun Stück davon. Okay. Wo sieht es gerade aber aus? Vielleicht ist das ja was für uns. Zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Ich glaube hier so in der Mitte der Sonne. Genau. Können wir den Open-Tank-Tank benutzen? Warte, dann müssen wir das in Stowage-Einheit. So. Z-θ nennt es zumindest. Ah, es sieht auch geil aus. Mit dem Tank oben drauf. Das lassen wir gerade mal. Jetzt probiere ich nochmal Side-Tanks aus. Da brauchen wir von den Dingern welche und von den Mitteln welchen. Das sehe ich gerade. Da sind nur vier, okay. Machen wir es mal hier von welcher. von den großen Dingern wieder. Das ist eine geile Sache. Und dann brauchen wir hier von der Mitte noch welche. So. Und dann müssen wir so, glaube ich, ansortieren. Wenn ich mich nicht recht erinnere. Oder ist relativ egal. Nein, ist es nicht. Hallo? Ach, ich dussel. So ist das richtig rum. Nur ich brauche die beiden nicht. Ich brauche nur dafür diese einfachen. So, jetzt haben wir Side Tanks. Das reicht nicht. Okay. Aber füllen wir das denn so oder nicht? Hm. Bin gerade nämlich am überlegen. Oder internen Tank. Hätten wir auch drauf. Weil ich bin nämlich jetzt am schauen. Weil es gibt ja diese Chests, die wir jetzt dazu brauchen. zusätzlich. Chest. Oh. Doch, da sind sie. Da sind sie. Top. Top Chest. Und Side Chest. Damit ich vielleicht zwei Side Chests mache. Zwei Side Chests. Ich bin jetzt nämlich gerade am tuckern. Vielleicht die Side Chests dann da benutzen. Und vielleicht nur eine Intelli-Chest. Oder nur Top Chest. Schauen wir mal. Aber die benutzen wir vielleicht für später irgendwas. Dann habe ich oben die Glass Tanks. Dann tun wir die Glass Sachen auch dabei. Vielleicht tun wir hier noch... Oder ne. Ne. Die Sticks behalte ich alles. Ähm. Was brauchen wir denn dafür? Dann nehme ich die Side Chests. Okay. Chest. Okay. Da brauchen wir hier diese... So Eisenpropel. Machen wir gleich mal zwei Stück. Eisenpropel. Dann brauchen wir jetzt hier so... Die Dinger. Alles klaro. Da brauchen wir jetzt mal Holz für. Holz. Aber ich glaube da hinten. Ich glaube ich kann auch fast schon die zweite... Engine dafür benutzen. Damit ich da ein bisschen noch mehr bekomme. Ja, du bist jetzt gleich ausgelaufen. Und du bist auch voll. Super, danke. Das lief doch wie geschmiert. Und der arbeitet noch. Oh. Man wundert mich gar eigentlich, dass der noch arbeitet. Nach zwei Folgen ist eigentlich meist leer. Habe ich fast richtig geraten. So. Gut. Von der Baumfarm verabschieden wir uns. Dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Folge. Und tschüss.